Ich habe beim Lesen selber vom Buch mich ein bisschen gefragt, also anfangs vom Buch ist es für mich ein bisschen so gewesen, als ob das ein wahnsinniger Tim und Struppi Fan ist, der er schreibt und irgendwann im Verlauf des Buches ist es mir eher, oder es wird jetzt vorkommen, als wäre es ein bisschen eine Verarbeitung von etwas im Buch. Und man benutzt Tim und Struppi als Mittel zum Zweck oder zum Zeigen, um etwas näher zu bringen. Wie ist das bei dir, als was hast du jetzt geschrieben? Weil es ist lustig ja, wenn man den Background weiss, dass du ja selber auch Leukämie hast, was ja der RG auch hatte, beleuchtet das natürlich schon auch das im Buch. Wie ist es bei dir selber gewesen? Aus welchem Grund? Da hat es überhaupt keinen Zusammenhang. Ich bin ja ein grosser Tim und Struppi Fan von Kleioff. Ich bin ja mit Tim und Struppi aufgewachsen. Meine Grossmutterin Jura hat all die Alben gehabt und dann habe ich mich immer damit beschäftigt. Und ich hatte einfach die Idee, dass die Figuren von Tim und Struppi sich auf die Suche machen nach ihrem Schöpfer, weil sie im Jahr 1986 plötzlich feststellen, dass sie älter werden. Und das ist absolut aussergewöhnlich, denn sie sind ja seit 56 Jahren nie gealtert. Also sie sind im ersten Band und jetzt plötzlich werden sie älter. Und sie fragen sich, was ist da los? Sie versuchen Kontakt aufzunehmen mit dem RG, aber er antwortet nicht mehr. Und deshalb warten auf RG. Aber einen Zusammenhang mit meiner Biografie oder so hat es überhaupt nicht. Das heisst, es ist überhaupt nicht ein Thema. Es bedürftet auch nicht das Thema Alter oder so, weil es dich beschäftigt. Nein, man kann natürlich alles Mögliche interpretieren. Und das ist zum Teil auch schlüssig, aber es muss ja nicht wahr sein. Aber alles, was grundsätzlich passen würde, muss nicht wahr sein. Wie beim Nordstrom-Darmus, da kann man auch nachträglich alles in ein Verhältnis setzen. Was ist bei dir ganz speziell an RG oder Tim und Struppi, dass es dich das packt? Also ich meine, es gibt Fans von Asterix und Obelix und es gibt Fans vom TTIV. Aber wieso ist es bei dir jetzt genau, Tim und Struppi respektiv, der RG als Person? Ja, ganz einfach. Tim und Struppi-Figuren sind auch für die Store zur Erinnerung, zur eigenen Kindheit. Und was einen natürlich emotional packt, das sind auch für die Kindheitserinnerungen. Und die Tim und Struppi-Figuren sind Transportmittel. Aber mit dem RG selber haben die wenigstens etwas am Hut. Der RG hat etwas Grossartiges gemacht, ist aber selber alles andere als grossartig gewesen. Und das ist eigentlich auch das Thema von diesem Buch. Sie sind schon auch ein bisschen Zeitgeschichte. Mit wem kannst du dich jetzt mehr identifizieren? Mit dem RG oder mit dem Tim und Struppi? Du sagst, der RG war nicht wirklich grossartig. In jungen Jahren mit dem Tim und in späteren Jahren mit dem Kapitän Haddock. Und jetzt, wo ich schwerhörig bin, mit dem Professor Bienlein. Ist es eine Hommage? Sollen wir es ganz ein bisschen auch lustig sehen im Buch? In diesem Fall. Wie bitte? Es soll ein humorvolle Geschichte sein, was Sie geschrieben haben? Nein, es kippt natürlich massiv. Also sobald die Comicfiguren, die reelle erste Frau vom RG besuchen, die unterschlagenen Drehbuchautoren, äh Co-Autoren und Professor Ricklin in Zürich, das sind ja alles reale Personen, dann kippt es natürlich massiv. Und ich habe ja Originalantworte aus Interviews mit dem RG, mit seiner Frau, Co-Autoren, etc. habe ich ja eingebaut. Und im Anhang habe ich jetzt halb 143 Quellen angegeben. Das Ganze hat schon ein echtes Fundament. Wie tut sich das Buch in deiner Sammlung von deinen geschriebenen Büchern bisher einordnen, wenn man das so ein bisschen schaut, was du bisher geschrieben hast? Ich habe ja alle möglichen Chancen gehabt. Ich habe Triller gehabt, autobiografische Sachen, historische Romäne vor allem. Und mir würde das stinken, immer das Leben lang immer das gleiche Chancen zu bedienen. Ich mache eigentlich aus dem Buch heraus, was ich gerade Lust habe. Und manchmal hat man Glück. Und es gibt einen Markt dafür, also ein Publikum, das das interessiert und manchmal nicht. Aber ich mache keine Chancenliteratur. Das ist mittlerweile ein bisschen ein Problem, weil alle Grossverläge wollen ausdrücklich Chancenbelletristik. Also Bücher, die man klar kann einordnen als Erotikroman oder historischer Roman, etc. Und die Bücher, die man eben mixen, fände ich natürlich schwerer. Bei den Agenten. Beim Publikum dann nicht unbedingt, aber bei den Agenten. Das Nadelöhr vom Buchmarkt. Und wieso ist es dir genau jetzt danach gewesen, so ein humorvolles Buch zu schreiben? Oder eben das, was du jetzt geschrieben hast und nicht schon vor fünf Jahren? Oder hast du die Idee schon vor fünf Jahren gehabt? Die Idee habe ich schon vor fünf Jahren gehabt. Ich hatte verschiedene Varianten. Und ich hatte natürlich eine Zeit, in der es mir gestrungen hat, hier weiterzumachen, wo ich immer tiefer in die Akte Ersche eindrungen bin. Und dann habe ich mir auch einen Moment lang überlegt, ob ich da all mein Merchandising und meine Tintin-Sammlung in Abfall schmeissen soll. Und dann habe ich eben gedacht, nein, im Grunde genommen sind die Figuren lediglich das Werkzeug oder das Transportmittel in der Kindheit. Und habe dann Trend, Ersche und Comicfiguren meiner Sammlung zu lieben. Dürfen Sie bitte noch eine Textstelle vorzulesen und noch kurz beschreiben, was es jetzt gerade für eine Stelle ist, die du lesest? Ja, also der Ersche geht nach Zürich zum Professor Ricklin. Nein, nicht der Ersche, der Tim natürlich. Und der Ersche ist tatsächlich bei dem Professor Ricklin gewesen. Und er hat ein Problem. Und zum Schluss das Problem ist, dass er ein weisses Haar entdeckt hat unter der Dusche. Und zwar ein weisses Schamhoor. Schamhoor und das beunruhigte ihn. Und er sei der Ersche würde ihm im Traum erschienen und unglaubliche Sachen erzählen. Möchten Sie mir sagen, was Ihnen Ersche erzählte? Tintin schreckte hoch, fuhr sich mehrmals unruhig über das Gesicht. Sie müssen wissen, in den Studios war er ein Gott. Er war Ersche. Dort konnte er sehr impulsiv sein. Seine Koloristen im Studio können ein Lied davon singen. Und wenn er wütend wurde, sagte er Dinge, die andere Menschen am nächsten Tag bereut hätten. Aber Monsieur Hergé hat nie etwas bereut. Wollen Sie mir mehr über diese Dinge erzählen? Er schleuderte mir ins Gesicht, dass wenn er eines Tages stirbt, auch ich sterben werde. Er sagte mit seinem Tod, Ende auch mein Leben. Niemand könne ihn ersetzen. Er sei mein Schöpfer. Und es würde nie einen anderen Schöpfer geben. Ist denn Ersche gestorben? Ich weiß es nicht, stieß Data hervor. Er antwortet ja nicht mehr. Das ist es ja gerade, was mich so beunruhigt. Und dann dieses weiße Schamhaar. Ein klares Indiz für einen fortschreitenden Alterungsprozess. Es ist beängstigend. Data hielt kurz inne und rief dann entsetzt. Oh mein Gott! Könnte der plötzliche Alterungsprozess ein Hinweis darauf sein, dass Monsieur Ergé gestorben ist? Der Professor sagte, das wäre eine logische Erklärung. Aber nicht alles, was einen Sinn ergebe, sei wahr. Danke vielmals. Der Ergé hat damals, als er 1983 gestorben ist, dafür gesorgt, dass niemand mehr einen Tim und Struppi-Roman oder einen Comic weiterführen darf. Wegen diesem erscheinen auch keine neue mehr. Wie siehst du das als selber? Jemand, der Geschichten erfindet? Ich sehe das als purer Egoismus. Und wenn man sich mit dem Ergé befasst, sieht man auch, warum. Er hat ja, nachdem er sich von der ersten Frau trennt hat, kein Interesse mehr an Tim und Struppi. Und er hat den Druck gespürt, vom Verlag neue Alben zu machen. Und im Studio hat er ja bis zu 50 Coloristen und Co-Autoren gehabt. Und das waren junge, hungrige und auch sehr talentierte Leute, die später mit eigenen Serien berühmt worden sind. Und er hatte so recht Angst gehabt, dass die dann die besseren Alben machen. Und das Zweite ist, er war natürlich ein unglaublicher Egoman. Es war ihm völlig egal, ob seine Erben dann noch Tantieme kriegen oder nicht. Macht es für dich, also du sagst, er ist mit dem, was ich angesprochen habe, Egoist gewesen? Macht es für dich keinen Sinn oder ist es nicht abgerundet, das Ganze? Es ist schon ein bisschen aufgebaut, wenn man so, ich habe das in einer Art Dokumentation gesehen, wo es heisst am Anfang, gerade das ist Tim in Kongo, respektive bei der Sowjet, das ist der erste Band gewesen. Anfangs ist es viel um politische Themen gegangen und irgendwann ist dann der Band Tim in Tibet gegangen, wo eine selberverarbeitung vom Airjet gewesen ist, ist es für dich in diesem Fall nicht bündig. Also von dir aus könnte es noch mehr Band benötigen oder vertragen. Die Figur ist eigentlich geeignet, um Hunderte von Geschichten zu machen, also wie Lucky Luke oder Rasterix, oder? Man muss sich vorstellen, während die letzten vier Tim und Struppi-Alben erschienen sind, sind im gleichen Zeitraum ungefähr 24 Asterix-Bände erschienen, oder? Und die Väter von Asterix haben das in jüngeren Händen gegeben, Lucky Luke ebenfalls, Playgun Mortimer ebenfalls und Fans haben Freude daran und Erben auch. Jetzt noch, wenn man jetzt dein Buch lesen möchte, dann gibt es vielleicht eine Verständlichkeitsfrage. Du tust alle Namen ab André im Buch. Kannst du uns das noch kurz erklären, wieso das der Fall ist? Also Tim heisst Tintin Lutin zum Beispiel, der Hund ist der Philo und Captain Haddock wird plötzlich zum Kapitän Schelfisch. Ja, das ist relativ einfach. Also Moulin-Saint, also die Inhaberin von der Rechte, ist eine sehr prozessfreudige Firma. Und aus juristischen Gründen habe ich dann die Namen geändert. Der Haddock heisst Schelfisch. Haddock ist die englische Bezeichnung für Schelfisch. Bei Tintin Lutin ist es so, dass der Urtym ist der Tintin Lutin aus dem Jahr 1898 gewesen von Benjamin Rabier. Das ist ein berühmter Kinderbuchautor gewesen damals so. Und Tintin Lutin ist so bekannt gewesen wie bei uns der Globi in den 60er Jahren. Und er hat auch einen kleinen Bub gehabt, blonde Haartolle, Golfhose und einen kleinen Hund, Struppi. Und der Chefredaktor von Le Ventim Sieg hat dann im Erscher gesagt, machen wir so einen Tintin, aber für Teenager. Und beim Milou, also beim Struppi, habe ich aus Milou, das ist das Original, habe ich Filou gemacht. Und Filou heisst einfach Schlingel. Und beim Professor Pinlein, den nenne ich auch den Professor. Und Nestor ist eine starke Figur im Buch, ganz im Gegensatz zu den Alben. Den nenne ich James, in Anlehnung von Dinner for One. Wunderbar, danke vielmals für die Erklärung. Und ein Buch, ich würde mal sagen, für die, die zurückschauen wollen auf die Kindheit und mal Tim und Struppi von einer etwas anderen Seite kennenlernen wollen. Vielleicht sogar werden kleine Kindheitsvorstellungen zerstört dadurch, aber es öffnet auch wieder neue Weitsichtigkeiten. Danke vielmals, Claude. Auch vielen Dank, ja, merci. Das Buch ist letzte Woche, vorletzte Woche, Ende Oktober 2018 erschienen im Münster Verlag. Wunderbar, vielen Dank. Okay, merci. Merci. Merci.